Soll man in die zweite Box? Ja, du machst alles da drin. Wow. Ja. Mundgerecht. Oh ja, es zerfällt. Das ist unser... Boah, ist das Eis. Das ist glücklich. Ich muss den Finger verpüchern. Ja, da muss ich die Hände ins Eis verpülen. Boah, das blendet. Ja, das war ich. Das war schon. Riecht es gut. Ja, du auch? Ja. Okay. Okay. Schön soweit. Die Reste kommen nach schön. Ja, das ist so nach Bier und Honig. Von der Nachden. Ja, danke, danke. Schönen, das geht. Danke. Ja, danke. Das ist noch nicht. Ich bin in die Verte. Danke. Ich bin in den Mund. Vielen Dank. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wie geht's? Das ist gut. Vielen Dank.